gute und servus heute noch mal kurz vor weihnachten schöne wetter blauer himmel mit richtig sonne die wege sind hartgefroren kann man so sagen steif und ja ich bin hier am schuhbaum ich weiß nicht mein schuh vom fußball ist nicht dabei aber kann ja noch kommen es geht weiter richtung hohe kanzel hier oben an der hohen kanzel eine kleine vespe arschkalt kann man sagen und bisher steiler anstieg jetzt versuche ich noch mal einen fahrt runter zu und dann geht es in bogen zurück damit geht das jahr zu ende ich hoffe ihr habt genauso viel spaß beim biken wie ich und wir sehen uns nächstes jahr so Untertitelung. BR 2018 Und der Kaffee geht bei uns drauf. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ah, Freunde. Dieses Motiv, da kann man nicht vorbeifahren. Einen kurzen Weihnachtsgruß. Ich wünsche allen, die bei mir zuschauen und auch auf Komoot folgen, frohe Weihnachten, schöne Festtage. Bleibt gesund und wir sehen uns wieder. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018